Ich hoffe, es geht auch dieses Jahr mit der Ehe und ich sage dir eins, Talentcasting, das ist deine Chance. Talentcasting, nutze deine Chance. Talentcasting, das ist deine Zukunft. Talent alleine reicht, man muss es auch zeigen, also mitmachen beim Talentcasting, da wird was draus. Talentcasting, könnte auch deine Chance sein. Talentcasting, die Chance für jeden, Weltmeister werden, vielleicht seid ihr auch dabei. Talentcasting ist deine Chance, deine große Chance. Talentcasting, deine große Chance. Wenn du das machst, bist du vielleicht ein Star und wenn du gut bist, bist du ein Superstar. Talentcasting, da kannst du weit kommen. Talentcasting, deine Chance zum Superstar. Gehe sofort zum Talentcasting und nutze deine Chance. Werde ein Star. Das ist deine Chance, ganz groß rauszukommen. Werde ein großer Star, komme zu uns, werde Profiboxer. Deine Chance auf dieses Bild. Das ist deine Chance. Yes.